Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Worms zusammen auf dem Kackhofen mit Sebastian. Hi und dem Robin, guck mal, die linke Seite stinkt, der ist kein Wurm. Ja man, gib mir den Kopf los und zack, wir haben jetzt das Skill ausgebildet. Oh Gott, was ist denn bei Skill drauf? Robin, du wirfst dir gerade einen Berg hoch, ne? Ach ja. Obwohl, ich sollte einfach nichts sagen. Dann müssen wir das hier so machen. Hättest du auch von... Ja gut! Gut, dass du das so gemacht hast, ich hätte keinen anderen Weg gesehen, das zu tun. Gott sei Dank hast du das so gemacht. Das war überhaupt nicht purer Luck oder so. Boah, Scheiße, wir haben echt nur Granaten und Bazookas. Oh mein Gott, das wird eine ewige Folge sein. Ach Scheiße, ich hab's dir doch gesagt, irgendeins hab ich. Oh, hi. Hi. Oh, wie sie sich jetzt alle zusammen rubbeln. Guck mal, die linke Seite stinkt zwar über den Kisten, der will's da nicht hin. Guck mal, wir haben aber nicht mal Fallschirmen oder so, was kann das sein? Ja doch, wir haben Fallschirmen. Vollgas. Ach, schade. Yeee! Tschüss. Trotzdem noch einen versenkt. Na gut, ich sag mal so, besser so, als wenn wir uns jetzt hier noch stundenlang damit beschäftigen. Alter, was hab ich mir dabei gedacht? Tja. Guck mal, ey. Offenbar hast du dir Skill dabei gedacht. Ui. Boah, nice. Boah, was für ne Rutschpartie, ey. Richtig hier. Die Stange genommen. Erst dran. Ach, er! Boah, gut! Gut, dass er dran ist, ey. Ja, pass auf, Skillshot. Oh, krass geradeaus sagst du. Worms, rotz ihn weg. So gehört sich das. Ja, find ich auch. Scheiße, ey, aber Worms ist echt das einzige Spiel von uns, wo euch die Lernkurve konstant bleibt, ne? Was für ne Kurve? Die Gerade. Bei mir ist da nix mit Kurve. Meine Lernkurve bei Worms ist wie die Kurven von die Kurve. Weißt du, da sind immer so Lücken drin. Aber die, aber die dreht sich halt trotzdem, ne? Du hast so ne 360 Grad Kurve. Oh, pass auf. Ach, weißt du, er ist hier, er ist hier super überflüssig. Er wird jetzt erstmal... Cap überflüssig. In der Kiste verbannt. Super überflüssig. Boah, Gatsch an den Isl Sohn und Scheiße. Hm. Interessante Geschichte. Ja, oder? Find ich auch. Geschichte. Aber wir haben mal Geschichte gelesen. Hat er auch Geschichte mal. Ah, ah, ja. Boah, Lacker, ey. Easy. Was ein schmantiger Lacker. Hast du auf die Sekunde genau gezeigt? Ich hab dann natürlich gewusst, dass sie da auftickt. Ja, wäre klar. Ja, das hat man gesehen. Gar nicht gezittert oder so. Ich hoffe doch. Sonst hätten wir ja meinen können, das wäre Lack gewesen. Oh, und tschüss, Robin. Wie sie mir alle hinterherkommen, ey. Hab ich hier in Schnitzel aus der Tasche hängen oder so? Ach, guck mal. Na, fickt nicht mit dem Ficker. Drecksack. Ja, klar. Boah, was? Ein... Das ist mein Loch. Verlöder Sausack, ey. So nicht, Kollege. Oh, jetzt kriegt ihr den Beton-Esel. Von den drei kann ich mich schon verabschieden. Jawohl! Echt jetzt? Zack. Oh nein. Oh nein. Achso. Triple kill. Opfer müssen gebracht werden. Yo. Das ist klar. Äh, gut. Ja, klar. Ja, geil. Haha, geil. Gehört, Opfer müssen gebracht werden. Öpfer. Öpfer. Öpfer müssen gebracht werden. Okay. Und tschüss. Klöpp. Und nächster? Ich hoffe. Ne, sieht nicht so aus. Leider nicht. Öpfer müssen wir machen. Ja. Auf jeden Fall. Was bringe ich denn als nächstes für ein Öpfer? Ich hoffe, die reicht nicht, ey. Äh, ich hoffe doch. Ich hoffe nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hm. Das schmeckt. Das ist so ein Dix-Bunde. Was machst du denn jetzt mit dem Ding? Das kann doch nix. Wie der Typ. Einfach mal genauso viel Life hat, wie vier von deinen Leuten. Ja, wie machst du das jetzt? Ohne selber drauf zu gehen. Ach, weißt du, was? Gar nicht. Tschüss. So. Okay. Schön, auch mal durchs Rattengift gezogen, weißt du, easy. Eklig. Tja. Beide weg, oder? Ja, klar. Puff. Tja. Auch gut, wie die Luft einfach am Felsen hängen bleibt. An der Kacke, ja. Du kommst nicht vorbei. Okay. Okay. So. Okay. Jetzt kommt die Story of my life. Oh nein, was tust du? Stürz ab. Nein, Joronimo. Oh, gut. Fuck, ey. Lass mich da rüber jetzt. So gehört sich der. Was? Als ob der die nicht anbohrt. Boah, du bist so ein Witzwurm, ne? Alter, bist du ein mieser Scheißwurm. Ey, da hast du dein Fasschen zu nehmen. Was das denn für ein Misches? Boah, zieh ihn dir rein, das miese Stück. Wie er einfach mal die komplette Web abgesnackt hat, ey. Alles, was geht. Jetzt schmiert er deine Kante ab. Ah, wie geil. So ein Wichs. Oh mein Gott. Ne, Kollege, wieso nicht? Snacke nicht den Snacker, mein Freund. Ich snacke ihn so hart, das glaubst du nicht. Oh, gut. Respekt. So, 23. Jetzt mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja? Geht los, meine Damen und Herren. Warum kriegt er denn jetzt die Waffenkiste? Das ist aber nicht fair. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil du 125 Leben hast? 52? Über den Berg mit ihm. Hinfort! Scheiße, ey. Weißt du was? Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich überlege gerade, ob ich wieder runterfliege und da drinnen auch noch aufräume. Fick dich, du scheiß Wurm. Geh da jetzt hoch! Dankeschön. Oh, nice. Und, hast du den Esel? Ja. Oh, scheiße. Pupp. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Nicht ganz so optimal getroffen, wie ich gerne wollte, aber ist gut. Ähm. Ich find's hier auch ganz schön. Jetzt kommt sie, die Cluster des Todes. Oh nein. Ja. Was? Als ob die keinen Schaden macht. Der Typ hat doch echt das Lack mit Löffeln gefasst. Aber du, guck mal, wie er einfach diese Cluster nichts an dir angekratzt hat. Wie viel Schaden wurde das? Ja, würde er wohl machen. Scheiße, noch mit Kisten zu. Ey, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Tschüss. Ja, klar. Jawohl. Alles klar. Wir rennen. Oh, ein Traum. Da kam das Gespenst. Zum nur hinschmelzen, ey, hätte Mirko jetzt gesagt. Uua! Oh, mein Gott. Was? Oh. Bon voyage! Bam! Da kam das deutsche Bam durch. Richtig aggressive. Ach, ey. Och, nö. Hm. Oh, jetzt kommt der Skiller, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie gleich einen Wurm, der so hart von Skill zerstört wird. Ich habe wichtige Leute, die zu sehen. Ja. Das wird passieren. Nice! Wo ist denn entgegen? Ach, da oben ist doch so ein Zippel, oder was? An den Nippel geschmiert. Oh, Mann. Oh, Mann, Tee. Ja, gut. Aber ich finde, dafür, dass es nur noch ein Typ war, hat er in den letzten Runden ganz ordentlich bei dir aufgeräumt. Boah, Alter, wir haben echt den Overkill gehabt. Super. Nice. Pass auf, ich mache jetzt mal fünf. So. Showdown. Komm. Die fünf. Nicht? Okay. Wir wissen jetzt, warum denn fünf? Ich habe mal Bock, jetzt so ein richtiges, oder wollen wir drei machen? So ein richtiges Showdown mit wenigen, weil weniger Würmer sind weiter auseinander, weißt du? Mexican Standoff, ein Wurm. Genau. Ja, klar, drei Würmer? Drei Würmer. Okay. Oh. Aber sollen wir drei Würmer und mehr Leben dafür machen? Ja. Das ist gut. Gut. Äh, dann musst du mich, glaube ich, noch mal zwei Sekunden gewähren lassen. Kurz. Ich muss kurz so lange Lobby machen. Alles klar. So lange machen wir hier Werbung. Für was? Ähm. Chips. Äh, esst Chips. Die schmecken. Aber esst nicht zu viel. Das lässt sich eigentlich auch so gut wie jedes Lebensmittel anwenden, glaube ich. Scheiße, wie kann ich nochmal Leben einstellen? Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ach shit, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Schade. Egal. Trotzdem, machen wir drei Würmer. Egal, drei Würmer, 100 Leben. Gib ihm. Das wird die totale Zernichtung. Oh ja. Das wird die kürzeste, äh, das wird echt die kürzeste Runde, glaube ich, die wir jemals hatten. Oder die längste. Oder so, kommt drauf an, welchen Modus wir spielen. Welchen Modus bevorzugst du? Äh. Mach mal irgendwie mit... Mach mal den zweiten hier, äh, Superskill, wie hieß das? Mehrskill? Superskill, genau. Superskill, genau. Das war gut. Oh. Okay. Was? Da musste ich erstmal wieder von acht Würmern runter. Bist du auf dem Trip gewesen oder was? Naja, acht Würmer, das ist der heiße Scheiß. Oh, warte mal. Klick ihn. Boah, da brauchen wir aber irgendwas Geiles für. Komm. Äh. Oha. Nicht so geil. Oh. Oha. Was sagst du dazu? Spannend. Die Frage, finden wir uns da? Ja, doch. Komm, das klappt. Ach, klar. Robin. Wir finden uns überall. Oh ja. Nehmen wir den Kakaauf. Das Problem ist, wir haben nur den Strand, den du geil findest. Sonst gibt's ja nur die Kanalisation, den Müllhaufen und den Bauernhof. Ja, die Kanalisation ist auch okay. Aber ich weiß nicht, den Kakaaufen finde ich halt irgendwie so ein bisschen unextratisch. Was hast denn du gegen den... Wenn du die Kanalisation bevorzugst, was hast du dann gegen den Bauernhof? Da stinkst du doch auch. Ja, aber frischer. Alles klar, das wäre das kürzeste Spiel ever. Guck dir mal da links an. Das wird das kürzeste Spiel ever. Und jetzt bist du auch noch dran. Wetten wir. Ja, natürlich. Jawohl. Und jetzt kommt nämlich der Wurmwechsel. Ich sage es euch, Leute. Jetzt kommt der Wurm... Doch nicht? Ich bin enttäuscht, Robin. Ich bin ehrlich... Ich bin überrascht. Nein, das wäre voll unfair. Dann hätte ich ja nur deshalb einen Vorteil, weil ich als erster dran war. Das ist ja... Ja, hätte ich ja was zu weckern gehabt. Ja, ich merke schon. Wenn du jetzt verlierst, ist es nämlich deine eigene Schuld. Ja, schade, ey. Oh, ich hätte dich jetzt so ausgelacht, wenn der auf der anderen Seite gesessen hätte. Zweite Runde, zweiter Wurm vernichtet. Gut, alles klar. Ja, läuft. Mhm. Jetzt ist er ganz rechts dran. Der muss jetzt erstmal noch längst rüberkommen. Das ist der Austausch-Spieler. Warte. Oh, scheiße, das ist eine Mine. Oh, scheiße. Letztes Jahr der Polis, mein Freund. Na gut, es war ein Versuch, ne? Ja, alle guten Dinge sind zwei. Oha, jetzt kommt er da mit dem Jetpack angejettet. Mach es mal gut. Hoffentlich stirbst du, du kleine Sau. Ja. Jawohl. Was ein Dreck. Dreck-Sack. Ein kleiner Dreck-Sack. Macht mich nicht fröhlich. Sondern nur. Fuck. Fickerig. Jawohl. Warum? Das kommt von alleine. Was ein Schmand, ey. Ja, klar. Jetzt kommt er. Wo willst du denn hin? Ich brauche Zeit, ey. Oha. Der war nötig, ja. So, du hast nämlich auch einen Baseball-Schläger eingesetzt und verkackt. Nee, gar nicht wahr, du hast mich auch gekillt. So, kürzeste Runde ever. Ja, meine Freunde. Ja, gut. Meist ertränkte Wurmgegner geht dann wohl an Sebastian. Meist erlittener Schaden an mich, oh Wunder. Ja. Meister Schaden in einem Zug war auch Sebastian, ja gut. Und ihr seht die Macarena. Da, 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 da. Hä, ist das? Das ist Macarena? Musste ich gar nicht. Müsste. Ist das so? Ja, kann sein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da musst du erst mal überlegen Ja gut, liebe Leute, das war's schon wieder mit einer Folge Worm Wenn's euch gefallen hat, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein Würde uns freuen, bis dahin Tschüss Tschüssi